Heute geht es um Helden der Wissenschaft, und zwar im Rahmen der Fast Forward Superfast 24 Stunden Instagram Challenge. Mein Held ist der Kohlenstoff. Er ist sehr vielseitig einsetzbar und die Grundlage aller organischen Verbindungen. Und wir bestehen praktisch aus ihm. Alleine mir stecken 17,8 Kilo Kohlenstoff. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Kohlenstoff, lateinisch Carbonium, steht in sechster Stelle des Periodensystems und ist damit ein Nichtmetall. Es hat eine Atommasse von 12 U. Kohlenstoff kann in drei verschiedenen Modifikationen auftreten. Als Graphit, Diamant oder Fluorene. Fluorene sind aber nicht natürlich. Graphit und Diamant waren schon seit der Steinzeit bekannt, aber der Kohlenstoff in ihnen konnte 1772 nachgewiesen werden. Fluorene konnten erst sogar 1985 nachgewiesen werden. Deswegen steht hier beim alten Brockhaus auch erst drin, dass es nur zwei Modifikationen gibt. Das Vorkommen dieser Modifikationen ist unterschiedlich. Graphit kommt natürlich sehr oft vor, aber Diamanten sehr selten. Man kann Diamanten übrigens auch künstlich herstellen. Und zwar mit dem High Pressure High Temperature Verfahren. Dort wird ein Druck von über 60.000 Bar und eine Temperatur von über 1500 Grad Celsius benötigt. Kohlenstoff unterscheidet sich in seinen Eigenschaften sehr stark je nach Modifikation. Aber die Modifikation an sich unterscheidet sich nur in ihrer Kristallstruktur. Graphit ist zum Beispiel hexagonal angeordnet, während Diamanten kubisch angeordnet sind. Die Kristallstruktur von Fluorene sieht in etwa so aus. Es erinnert sehr stark an einen Fußball, denn es besteht aus 5 und 6 Ecken, die soart rund angeordnet sind. Aber wo werden denn jetzt diese verschiedenen Modifikationen eingesetzt? Naja, Graphit wird zum Beispiel in Bleistiften eingesetzt und fungiert als Halbleiter. Diamanten werden als Schmucksteine getragen oder auch als Schleif- und Schneidewerkzeuge genutzt. Fluorene fungieren als Katalizator und in der Medizin werden sie auch häufig genutzt und sie stecken sogar in Anti-Aging-Cremes. Jetzt sind wir eigentlich schon durch, aber es gibt noch Isotope von Kohlenstoff. Und das C14-Isotop ist so cool, dass ich euch seine Eigenschaften und seine Verwendungswecke nicht vorenthalten möchte. Und zwar gibt es die C14-Methode oder auch Radiokohlenstoffdackierung genannt, wenn die Archäologen das Alter von Funden bestimmen können. Das funktioniert dank des radioaktiven Zerfalls des C14-Isotops. Denn es wird in der Atmosphäre produziert und dann von Körpern aufgenommen. Wenn der Organismus dann keinen C14 mehr aufnimmt, weiß man, dass er gestorben ist. Und somit kann man dann zurückrechnen, da die Atome sich immer weiter abbauen. Und so kann man das Ganze herausfinden. Aber auch nur bis 50.000 Jahre, denn danach wird die Methode viel zu ungenau. Und dann wird die Methode viel zu ungenau.